Pugnate! Pugnate! Ich bin zum Bauch vom Segutor, der hat wieder aufgenommen. Der Etiaria versucht, den Segutor mit den Netten zu behindern. Hat sogar geklappt. Der Segutor hat nur noch seinen Schwung genutzt. Und das Schwert hat seinen Gegner versenkt. Die Arena im alten Wohnbein ist gleich ein bisschen größer als die Arena hier. Dementsprechend hätte er normalerweise mehr Platz zum Weglaufen. Der Sekudo hat keinen Problem. Der Schiff das aufêle. Der Schiff das aufhêle. um Schulter und Fuß zu decken. Und der Ritiaria nutzt das total ständig aus. Star E! Kein Körper sagt, dass die Kuh nur an den Armband haben. Hunger hat mich! Ja, holen hast du! Ich will das nicht machen! 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 Ich darf das nicht machen! Ja! Star E! Bis zum Rücken von dem Kuh-Tor! Ein zu ein! Star E! Star E! Star E! Star E! Star E! Im Vorwärtslaufen findet der Kuh-Tor mit dem Fuß den Dreizack des Ritiarias! Technisch schwerer Anspruch! Star E! Star E! Kann er es doch mal drehen? Star E! 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 Und Anschlussstreffer! 2 zu 2! Es bleibt spannend! Das ist sehr gut! Das ist sehr gut! Das ist sehr gut! Und Adel! Das ist sehr gut! Das ist sehr gut! Das ist ein Herz! Also das ist sehr gut! Das ist sehr gut! Das ist ja gut! Das ist ganz ernst! Vielen Dank.